Ja, Dänemark, hm? Nö, kein Frieden. Gut, weiter geht's. Lies, da kommt in Armenien an. Kosmetik. Die Schweden werden gleich bestimmt den Handels... ach, die Schweden werden gleich in den Fischereihafen gehen. Hätte ich mal blockieren sollen, ne? Nein. Noch zwei. So, die schwedische... der erste Angriff. Ja. Okay, die Brick ist weg. Dann das nochmal. Das muss ja auch nochmal sein. Okay, da muss ich gleich ganz genau gucken, wie die schwedische Flotte jetzt in der Ostsee. So, ihr geht trotzdem zurück. Das gibt's doch nicht! Eine Revolution! Warum das denn? Regierung anschließen, natürlich. Russland, seid ihr bescheuert? Mit solchen Truppen anzukommen hier? Ihr seid wohl wahnsinnig! Eine Revolution? Das können wir uns überhaupt nicht erlauben. So, General... So, noch ein paar Trupps hier. Aber gute Truppen, ja klar. Als ob Rebellen-Kurassiere aufbieten könnten. So, Kusaken... oder Kusakische... wäre es denn besser? Kusaken? Kusaken oder Kusagische Ataman? Also Ataman haben nur Nahkampf. Kusaken auch Fernkampf. Dafür sind die hier im Nahkampf besser. Okay, ja. So, ihr kommt auch an und verteilt euch dementsprechend auch mal. Und die beiden gehen mal zusammen auf das hier. So, da haben wir ja ein richtig fett Elfenbein hier. Preis 22. Ja. Viel Geld. Eine Flotte weg. Und die andere ist... ...hier. Immer noch. Eine Runde noch für die... ...Schiffchen. Ihr vereinigt euch. Ja, es sind noch mehr Truppen hierher gekommen. Ich schicke jetzt aber ganz direkt natürlich hier die Miliz in den Fischereihafen, damit er nicht geplündert wird noch irgendwie. Oder dann besetzt wird. So, Finnland, Moskau. Arabisches Meer nochmal. Also das mit der Revolution, das ist ja wirklich völliger Quatsch. Chiroki sind vernichtet. Und in Königsberg wurden sieben Brücken gebaut. Arabisches Meer. Moskau. Das ist ja wirklich lächerlich hier. Fiszt euch mal. So, weiter geht's. Keine Gegnern Reichweite. Okay. Okay. Und hier, ich muss doch jetzt auch noch ingermanente ein paar Truppen ausbilden. Wegen den hier, ne? Ja. Das war eine strategische Fehleinschätzung, dass ingermanente nicht so wichtig würde. Ich rüste jetzt aber schon mal die Ukraine auf, bevor wir da später auch dann es nachsehen haben. Ich rüste auch ingermanent auf. Das nicht. Erstmal. Oder bringe... Oh, bringe nicht einen Stellungspunkt mehr. Dann doch. Dann doch. Dann doch. Okay. Und hier ziehe ich, äh, Truppen ab. Noch ingermanent. Das muss jetzt einfach mal sein. Ich gehe halt davon aus, dass das Kuland friedlich bleibt. Zumal wir auch exzellente Beziehungen zu dem Staat haben. Hier geht's auch bald weiter. Ja, der bringt ja überhaupt nichts hier, der Agent. Geh mal nach Don Walsko. Da bringst du mehr. Oder hier, Tschetschenien. Ja. Ist gerade alles ein bisschen kompliziert. Kriegen wir mal hin. Kriegen wir mal hin. Die scheiß Piraten, die könnten ich ja wirklich... Oh, ich hasse mich. Das kommt davon. Wenn man die frühzeitig nicht vernichtet, dann hat man das Problem wirklich. Okay, ich kann nur weiter sagen. Natürlich. Das war ja so klar. Das machen sie auch noch kaputt. Kostet mich 4000 Goldstücke. Die feigen Rebellen. Aber das ist nicht das größte Problem. Das ist nicht das größte Problem. Die auch nicht. Die sind das größte Problem. Ja, das nervt natürlich jetzt. Ich könnte natürlich jetzt einmal gleich Handelschiffe zusammenfügen und die Schweden vernichten. Was war das? So. Jetzt haben wir einiges zu tun. In Moskau schicken wir unsere Truppen auf diese russischen Verbrecher hier. Das gibt es doch nicht. Los, hinterher. Das gibt es doch nicht. Immer noch. Das gibt es doch nicht. Wir teilen uns auf. Die müssten wir jetzt vernichten können. Mit den drei Handelschiffen. So. Gegen eine Brick. Vier sogar. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Wir haben jetzt vier Handelschiffe für eine Brick verloren. Oh, Mann. Unglaublich. Diese scheiß Autoberechnung. Ich könnte ausrasten. So. Dafür ist aber Schweden jetzt dran. Das war ein ganz teurer Sieg, meine Lieben. Damit ist jetzt Schluss. So. Hier haben wir eine neue Flotte. Ab nach Finnland. Ihr auch. Zusammenfügen. Dann nach Finnland. Oh. Moskau. Jede Menge geile Fabriken und Mustgärten. Ist ja unverschämt hier. Kaum zu fassen. Pionierschule. Wie bitte in Persien. Mesopotamien. Neue Gebäudemöglichkeiten. Bauen wir auch sofort. Es ist nicht zu fassen. Wirklich. Finnland. In Germanland. Moskau. Ostsee. So. Hier ist jetzt eine Armee. Aber die kann nicht mit uns mithalten. Und. Dann würde ich sagen. Greifen wir gleich sofort. Stockholm an. Da habe ich jetzt keine Zeit mehr zu. Sehe ich gerade auf meinem Timer. Mache ich aber gleich im nächsten Part. Bis dahin kümmern wir uns noch um andere Sachen. Wir haben noch Eisenminen zum Beispiel, die wir aufrüsten können. Und in Moskau haben wir jetzt natürlich auch noch ein paar Truppen hier. Damit das wirklich. Ne. Lieber Truppen, die ich auch gebrauchen kann. Später entschlachten. Ähm. Zum Beispiel hier. Leichte Dagoner zweimal. Das ist glaube ich ganz gut. Und. Äh. Was haben wir noch? Mörser baue ich grundsätzlich nicht. Die mag ich nicht. Was kann man dann hier bauen? Fette Artillerie. Klar. Auf die warten wir dann noch. Oder eben Fußartillerie. Das ist die Frage. Äh. Kürassiere. Garde Kavallerie. Will ich natürlich auch dann die richtig geile bauen. Dauert aber auch noch zwei Runden. Ähm. Ja. Nehmen wir erstmal die beiden leichten Dagoner mit. So. Kaum zu fassen. Kaum zu fassen. Und der ich reparieren will. Genau. So ist das richtig. Oh Mann. Ach. Hier seid ihr gelandet. Gut. Dann. Ganz kurz aufschreiben. Schweden in Karelien. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir nämlich den Vorteil. Dass wir jetzt gleich schon angreifen können. Also. Stockholm. Und ich denke. Dass wir dann den Schweden einen Frieden aufdrücken. Und zwar was für einen. Aber ich glaube. Dass die Schweden auch eine gute Verhandlungsposition haben. Weil die hier ja mit ihren scheiß Truppen stehen. Immer Mäuse nach Karelien. Ist doch zum Mäusemelken. Warum landen die nicht hier? Die haben. Ich weiß. Dass die auch Karelien als Siegprovinz haben. Das müsste auch für die KI gelten. Aber warum die trotzdem nicht im noch wertvolleren Ingemerland landen. Das weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. So. Ihre Flotte ist jetzt aber hier gefangen. Also die könnte man jetzt praktisch. Das ist Fregatte 5er Klasse. Hier eine Menge Kleinkram. Und Handelschiffe auch zwei Linienschefe 3er Klasse. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann. Belagern wir mal deren Handel hier. Oder? Ja. Auf sie mit Gebrüll. So. Unser Handel ist kaum blockiert. Gewürze bei 35. Ja. Und hier. Oh. Das muss natürlich sich auch ändern. Wir haben hier einen. 4 Sterne Mann und das Leben ist schön. Hat er auch. Also es ist eine Steigerung. Machen wir es sofort. So. Gut. Regierungsbeliebheit nur noch bei 30%. Wundert mich überhaupt nicht. Wir hatten ja gerade schließlich eine Revolution. Und. Gut. Ich glaube. Ich. Hol mir noch eben ein bisschen Geld. Über Diplomatie. Äh. Kurland. Hallo. Geschätzte Beziehung. Hochofen. Ne. Maisur. Ich brauche deswegen das Geld. 7000? Er wieder mit seinem Scheiß. Für die Reparaturen, die gleich anstehen. Weißt du was? Gib mir die Karkassen. Dann habe ich die auch. Und nochmal 1000 Goldstücke. Hier Karkassen. Wunderbar. Bringen nichts. Verteuern uns nur die Artillerie. Und okay. Sie machen neue Forschungs. Ähm. Forschungsvorhaben. Schalten sie frei. Das ist ja erstmal recht löblich. Ähm. Ja. Hier muss ich glaube ich nichts ändern. Das sieht so gut aus alles. Ähm. 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 Ja. Stockholm Slot. Das ist schon mal gut. Dass wir den schon mal haben. Marine Colle. Haben wir auch. Die Terkanmee. Artillerie. Da hängen die Schweden klar hinterher. Aber ich greife jetzt an. Auf sie mit Gebrüll. So. Ich speicher. Und äh. Ich werde gleich nochmal dann neu reingehen. Aber ich sag schon mal wie das hier ansteht. Wir haben eine geschwächte schwedische Armee in Stockholm mit teilweise angeschlagenen Einheiten und ganz viel Bürger. Nur ein bisschen Lieneninfanterie und Artillerie. Dazu Miliz und schwere Kavallerie. Und als Zerstärkungseinheit ebenfalls ohne General. Lieneninfanterie. Angeschlagene Grenadiere. Bisschen schwere Kavallerie und Artillerie. Also das ist eine Armee die wirklich zu schlagen ist. Verbesserte Befestigung ist natürlich ein Problem. Aber wir haben Kanonen. Und wir haben alles was das Herz begehrt. Um die Schweden gleich richtig richtig durchzunudeln. Also ich freue mich auf euch im nächsten Part. Und dann machen wir dieses blöde Land mal so richtig schön platt. Also bis zum nächsten Part.